Wir sprechen über Inklusion! Boah, ist das ein riesiges Klettergerüst! Boah, Mann, oh Mann! Ist das riesig! Ey, Wahnsinn! Metin, ich würd sagen, wir machen uns auf und dann... Metin? Metin! Hallo! Wo ist der? Wo bist du? Hä? Wo bist du, Metin? Hallo! Uh! Ach, da bist du ja! Wie hast du dich also versteckt? Ich komm mal zu dir hoch! Boah! So! Ein Spielplatz, der so gebaut ist wie dieser, das ist Inklusion! Joho! Metin, da hast du mich aber echt angeflunkert grad, ne? Als der Rollstuhl auf mich zukam und du saßt nicht drin, hab ich mich echt gewundert, wo du bist. Und jetzt sitzt du hier auf dem Klettergerüst. Ja, hab ich verschwäppelt, ne? Ja, und ganz schön veräppelt. Aber wie findest du das, dass du jetzt hier auf einem Klettergerüst bist? Ich find's toll, weil bei mir um die Ecke, also der Spielplatz, da kann ich halt nicht klettern. Ähm, ich muss immer auf das Klettergerüst getragen werden oder ich spiel halt was anderes. Ja, das ist wirklich schön zu sehen. Auch für mich zum Beispiel, ne? Ist das ja jetzt hier, ähm, echt toll. Wir kommen jetzt hier drunter, wir können überall dran, wir können hier draufklettern und können in vollen Zügen hier diesen Spaß mitmachen. Das ist echt besonders bei diesem inklusiven Spielplatz, ne? Denn hier können alle Kinder gemeinsam spielen und keins ist irgendwo alleine. Ja. Und deshalb würde ich sagen, hängen wir einfach nochmal eine Runde ab hier, oder? Ja. Gut. Stück zum Glück, die gemeinsame Initiative von PNG, Aktion Mensch und REWE.